Ja, hallo, hier ist Jörg Fuhrmann mit der Ärztin Dr. Karin Sivert-Fischer, die gerade hier ein paar Tage im Freirauminstitut verbracht hat und die ein ganz spannendes Leben auch geführt hat. Und ich habe gedacht, wir haben jetzt gerade auch so eine Hypnagogik-Session gemacht, da hat sie mir gerade so ein Feedback zugegeben. Und sie hat auch Erfahrungen eben mit Substanzen gemacht, auch in Südamerika, in Peru. Und ich war ja auch in Ecuador und habe da auch so meine Erfahrungen gemacht und vorher in Holland. Und es geht um Ayahuasca. Bei mir ist es ja folgendermaßen gewesen, dass ich dort in dem Urwald eine Intuition hatte, dass es eine Vision, eine Eingebung hatte, dass es Zeit ist, dort das Ritual zu beenden und zu gehen. Und kurz darauf ist ja einer der Teilnehmer dort verstorben. Die Umstände sind nie so richtig geklärt worden. Und ich habe immer wieder auch von solchen Fällen hinterher gehört oder gelesen. Und mir haben Menschen immer wieder auch davon berichtet, dass sowas passiert ist, in so einem Ritualkontext oder Angehörigen passiert ist, die dann teilweise hinterher droht irgendwo im Dschungel gefunden wurden. Und du hast ja dazu auch Erfahrungen gemacht. Vielleicht möchtest du mal erzählen, wie das bei dir war. Ich war in Peru in einer Gruppe von ungefähr 20 Leuten aus der ganzen Welt. Ich war die einste Deutsche. Wir wurden vorbereitet in einer Gruppe. Das war alles sehr in Ordnung. Und uns wurde erklärt, wer es geht und so weiter. Und du warst in einem Retreat-Center? Ja, ich war in einem Retreat-Center. Und da waren die Schamanen. Und dann kam es in der Nacht zu dem ersten Ritual. Und man kriegte dann in einem kleinen Becher, ungefähr wie ein Eierbecher so groß, die Substanz verabreicht. Und ich merkte, wie das durch den ganzen Körper ging, bis in die Zehen. Und dachte noch so, es war alles dunkel und so. Das ist ja ganz toll. Das wirkt jetzt ganz toll und so weiter. Ja, und dann war es unheimlich hart, diese Session, unheimlich hart. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, wir bleiben stecken. Die Schamanen sagen immer weiter, immer weiter und immer lauter, sodass man dachte, die merken auch das, was nicht stimmt mit der Gruppe. Einer aus meiner Gruppe, ein junger Mann von 25, schrie ganz laut, I want to die, I want to die, I want to die. Dann haben sie ihn rausgetragen, ihn wieder reingeholt. Und am nächsten Morgen war er völlig zerkratzt im Gesicht. Er hatte Steine gegessen, er hatte Gras gegessen und hat uns erzählt, er wollte wirklich sterben, aber er ist nicht gestorben. Ich habe dann nach dem ersten Ritual aufgehört. Es schien mir zu gefährlich. Ich hatte vorher gelesen, irgendwo als Arzt, liest man das vielleicht, dass man häufig einen hohen Blutdruck kriegt und das sehr gefährlich ist. Und dass man aufgrund des hohen Blutdrucks auch einen starken Fall kriegen kann als andere. Und hatte mir sicherheitshalber zwei blutdrucksenkende Mittel in flüssiger Form mitgenommen. Und wo man nichts mit reinnehmen durfte, hatte ich so versteckt. Und habe die auch genommen, als ich merkte, es wurde so ganz komisch. Das hat mich vielleicht gerettet, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann aufgehört, was mir nicht angenehm war. Man geht nicht gerne aus Europa raus. Genau, so ist mir das ja auch gegangen. Genau, das ist nicht schön. Aber ich habe gedacht, ich muss mich schützen. Und ich war nicht der Einzige. Drei oder vier andere sind auch rausgegangen. Ich bin dann nach Lima gefahren, habe mir noch zwei schöne Tage gemacht. Habe dort von verschiedenen Leuten, Taxifahrer, im Hotel und so weiter, immer wieder gehört, dass häufig Europäer kommen, so ganz alleine, ohne Vorbereitung oder auch zu zweit, gehen ins Ritual, ohne etwas davon zu wissen und sterben. Und das wird nirgendwo veröffentlicht. Nirgendwo. Das weiß auch keiner. Aber ich habe es original gehört. Ja, krass. Und da war ich froh, dass ich das so gemacht habe. Ich mache es auch nicht wieder. Ja. Ja, wow. Ja, danke. Danke fürs Mitteilen. Gerne. Also, ich habe häufig von Leuten gehört, bei mir wäre das ja so ein Einzelfall gewesen, dieser Session und so. Nein. Und da habe ich auch mal wieder gesagt, nein, das ist nicht so. Und mir hat auch mal eine Schamanin aus Peru, hat mir mal gesagt, ja, warum willst du denn das jetzt machen? Gerade Ayahuasca und Datura haben die Kombination, ja, das ist total riskant und so. Und ich habe das damals auch so, ach, so ein bisschen, also ich war nie lapidar, aber ich habe schon so gesagt, die wissen schon, was sie tun und so. Genau. Und das musste ich irgendwann für mich auch ein Stück wie revidieren, dass die ganzen Gurus, das war ja auch in den 70ern so, in den 60ern, die ja damals aus Asien kamen und jetzt sind die neuen Gurus, sind ja häufig die Schamanen, haben häufig kein Verständnis für die westliche Psyche. Richtig. Oder auch für die Kapazität der westlichen. Auch für die Physis. Auch für die Physis, weil das ist auch eine ganz andere Konstitution. Genau. Und wenn man dann so verschiedene Sachen schon am Laufen hat mit, was weiß ich, Chronic Fatigue, Entgiftungsstörungen, Umweltbelastung hoch 10, dann kann das halt eben on top auch viel zu viel sein. Ja. Und ja, da ist auch wirklich, finde ich, Safety first. Und es gibt ja auch andere Wege und Möglichkeiten, wie man auch in diese erweiterten Zustände kommt, wie zum Beispiel hier über die Atemarbeit, wie wir es machen und das Hypnagogeatmen und andere Dinge, die auch eben mehr safe sind, auch im Sinne des Polyvagalen Konzeptes nach Porges und wo man einfach nicht so schnell in sehr schwierige Zustände reinkommt. Aus denen man alleine nicht mehr rauskommt. Dann, ja. Man muss dann einfach abwarten, bis es abflaut, bis es aufhört. Ja, genau. Und das ist ein furchtbarer Zustand, die es ausgeliefert sei. Ja, genau. Ja, ja. Ja, also, wenn ihr sowas macht, ja, schaut euch auf jeden Fall gut an, wie es um euch bestellt ist. Nehmt eure Grenzen ernst, bereitet euch auch entsprechend vor, informiert euch auch Worst-Case-mäßig, Szenario-mäßig und werft euch nicht gleich dem Erstbesten an den Hals. Es gibt mittlerweile auch in Südamerika sehr viele Leute, für die bist du einfach nur eine laufende Ressource. Ist ja klar, weil, ja. Kostet viel Geld. Das kostet viel Geld und da verdienen die teilweise an einem Ritual mehr als sonst im ganzen Jahr. Und da werden zum Teil dann auch irgendwelche Sachen zusammengemixt, irgendwelche Hexenkräuter und sonst was, was einfach nicht da reingehört und die Leute auch deswegen dann große Probleme hinterher kriegen. Stimmt. Ja. Also da habe ich auch schon öfter was in der Richtung gehört, ja. Also, alles Gute auf der inneren Reise. Vorsicht. Wer sowas vorhat, aber trotzdem Vorsicht und den Kopf einschalten. Ja. Okay. Also, viele Grüße vom Freiburg-Institut, von Jörg Fuhrmann und auch immer wieder. Ja, klar. Lars!